Ich habe Sie auch nicht beleidigt. Nein, habe ich nicht. Was ich jetzt bewundere, ist das Altswort gesagt. Wie ist Alts? Das weiß ich nicht. Und die wurden nicht weggeschickt, da wurde es ja Presse. Was wollen Sie mir jetzt einreden? Das ist Wahnsinn. Und Sie brauchen es nicht hundertmal wiederholen, was ich nicht gesagt habe. Ja, anscheinend verstehen Sie es nicht. Also, ich versuche hier nur noch mit Zwang, Angst und Geweih zu setzen. Na, auf die Ankämpfe. Ja genau, darauf hast du gewartet, oder was? Ja genau. Schemt euch! Schemt euch! Schemt euch! Schemt euch! Schemt euch! Schemt euch! Da ist ein Hund dazwischen, sagen wir. Schemt euch nicht langsam! Schemt euch! Was macht ihr für ein Zeug? Schemt euch! Schemt euch! Verlassen Sie die Straße! Verlassen Sie die Straße! Ich hab's wieder gesagt! Gehen Sie auf den Gehweg! Das ist unsere Freiheit hier! Gehen Sie auf den Gehweg! Was ist denn für eine Frau da nicht angreifen? Schemt euch! Ihr könnt doch hier zuschauen, aber jetzt ist Ruhe! Was heißt nicht Ruhe? Gehen von der Straße runter, hab ich gesagt! Wir müssen uns dafür sorgen, dass da die alte Frau... Wir müssen uns dafür sorgen, dass da die alte Frau...